Hallo Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Nick Borussia Ome, heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ähm, wir... ähm... Wir werden heute ein neues Projekt in Bio 3 starten, aber wir werden das in Offline machen, weil das Projekt würde ich sonst, ich gebe es offen und ehrlich zu, niemals im richtigen Multiplayer schaffen. Und das ist, äh, wir machen dieses Projekt War2Hater, also H... H... Hate... H... T... ER, glaube ich, oder so. Ähm... Ja, hier, wir machen das in eigenen Spiele halt in... Also zum Hater... Ähm... Ja... Da würde ich nur sagen, sehen wir uns gleich im Gang wieder. Ja, Leute, jetzt sind wir auch schon hier im Game drinne. Wir fangen mit der Kude an, wie gesagt. Und, ja, ich werd... Ich werd auch noch Musik im Hintergrund auf, damit das nicht so langweilig ist. Und wir fangen ganz gechillt erstmal auf... Newtown an. Er hat natürlich mit Multiplayer mitgeben, weil wir dieses Projekt da nie machen könnten, weil... Ähm... Ich hatte nicht der beste Call of Duty Spielern bin, sag ich jetzt mal. Ähm... Es gibt auf jeden Fall viel bessere. Und... Und... Ja... Und er hat uns legen die Server nur noch, also... Ich weiß nicht, ob das so eine Entwicklung von WW2 liegt, aber... Die Server laggen halt. Und wir haben schon den ersten Reiniger in dieser Folge. Also wir werden in jeder Folge versuchen... Ähm... Also in jeder Folge werden versuchen, so schnell wie möglich den Hälter zu bekommen. Äh... Ja... Und je nachdem wie lange eine Runde dauert, werden wir wahrscheinlich zwei Runden machen. Äh... Ja... Aber mit der Kuda finde ich so unmissiert gut, würde ich jetzt sagen. Aber mit dem Hälter erkennt es, die Gegner sind wie Pfeile, wenn er vielleicht hier auf der Kart angezeigt werden. Und da habt ihr auch den Hälter jetzt guckt auf die Kart der was meinstürme. Für Leute, die Call of Duty jetzt nicht so gut kennen. Ich glaub's, ich bin grad bei denen we sporn, oder? Wie sorgt's für mich die Gewobs mit den Hälter? Schau! Und wir haben schon wieder den Hater. Ich hab auch keinen Scuff oder so. Das ist alles ohne Scuff. Ich hab den Scuff jetzt noch ein bisschen besser, aber... W-Chall war am Anfang schon ein bisschen vorteil, oder? Ich hab den Scuff. Ich hab den Scuff. Ich hab den Scuff. Aber vielleicht spielen wir auch mit einer anderen Scuff. Vielleicht mit der K.A.N. oder so. Wahrscheinlich werden wir gleich mit der K.A.N. spielen. Das wäre so geil wie K.V.K. Wenn es I.A. 94 jetzt ist. Okay Leute, dann sehen wir uns gleich in der Runde. Bis gleich.